1,2,3 Oha! Hi Leute! Es läuft grad nicht so gut. Vom Gunt. Vom was wir es machen wollten. Schon seit dem sechsten Tempel. Uns Tränke kaufen bevor wir in einen Tempel gehen. Das haben wir nicht einmal gemacht jetzt. Weil wir so Idioten sind. Oh ja. Ja komm schon. Das hat mich in der Tür gefickt. Jo das geht gar nicht in der Tür. Wenn du die nicht angreifen kannst, soll die dich auch nicht angreifen dürfen. Ja ist echt so ey. Ja ist echt so ey. Und jetzt kommt der Tür. Na, man. Oh, ich hasse diesen blauen Raum. Fuck, falsch ist die. Von wir hatten da schon alle Besieger. Ich weiß. Wenn doch gleich nach oben gegangen. Ja, aber links gab's Schlüssel. was schlüssel man immer nach oben gehen kann brauchen schlüssel jedoch nach draußen zu einer fehlquelle dann muss ich trotzdem an den vorbei ne du kannst einfach an den vorbei gehen nein ja doch ich muss runter oder? ja ok ok das wäre eine verschlossene Tür oder was? ja ok 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 wir haben es verstanden oh es geht raus geil ja ja nach unten ist es nicht weit guck mal wo eine Fehlquelle in der Nähe ist ah sogar in der Nähe recht ja relativ meinen wir gerade dieselbe? ja ja gut so weit in der Nähe ist die auch wieder nicht irgendwie doch hä nein gibt es einen Shop mit trinken? guck mal es gibt da einen Shop mit trinken hm den können wir gleich besuchen gehen aber eigentlich Fehn Quelle 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 Katalog oh Spaß die Spaß oh guck mal wie lange das dauert leaaack ja die hat dann einiges zu tun hhh hhh Ich muss mal einen Kanal umbenennen, glaube ich, in sowas wie Schatzschmidt TV. Forn TV. Nee, sowas wie Hentai Let's Play oder so. Hentai TV. Henta. Vor allem so Henta TV. Nice. Na super. Oh man, das war echt dumm. Ein bisschen. Oh, aber du bleibst aktiviert. Warum machen die ihr Laden unter dem Busch? I have no fucking idea. Vibe. Hier. Buy medicine before you go. So, was ist da blau, was ist da rote Ton? Ich guck mal. Moment. Und dann kann man beide kaufen. Stopp. Halt. Stopp. Es bleibt hier alles so, wie es ist. So. Elixier. Gute an dir. Ah, gut, dass das so gut dargestellt wird, Browser. Oh, mein Vater schickt mir wieder Videos in Whatsapp ein. Die füllen deine kompletten Herzen auf. Das blaue Elixier füllt einmal auf. Das rote Elixier scheinbar öfter. Aber das kann ich nicht sehen, wenn mein Browser es übereinander lappt. Ich kaufe einfach mal beide. Das heißt, dass du dreimal aufladen oder so mindestens. Nein. Ich kann nicht beide kaufen. Ja, das ist scheiße, ne? Hättest du mal rote gekauft. Ja. Das kostet jetzt 8 Dollar mehr. Nein, das hat man muss auch vorher so gekostet. Du hast es vorher 60 gekostet, oder? Nein. 68. Das steht auch hier auf der Map. Das ist so fließ. So. So, warte mal. Das ist so schlimm. Ja, das ist so schlimm. Ja, der wurde ersetzt. Ich habe 40 Rupine umsonst bezahlt. BITCH. Egal. Jetzt finden wir einen roten, Mann. Mann, richtig wie bei den Nutten wird man richtig abgezogen. Ja, als ob du schon mal bei einer Nutte warst. Ich hab das Schulterzucken geschafft, dass man das nicht gesehen hat. Geh jetzt. Geh zu deinem Dungeon. Er füllt übrigens an der kompletten Herzen auf. Als Wort kriegst du nur noch ein halbes. Das ist schon am achten Dungeon. Das ist schon nice. So jetzt fangen wir gerade mal aus. Für Lamapu. Und du musst halt diese Ochsen da besiegen. Nein. Wie du gepumst wirst gerade wieder. Ja, weil die sich immer so rumdrehen wie so Ficker. Ja, dann müssen die auch... Was war das denn für ein Gesang? Junge. Baller einfach nach denen. Okay, jetzt kannst du nicht mehr ballern. Junge, du hast Kuchen, ne? Wie du das noch vergisst? Ich will den gleich essen. Soll ich den gleich bringen, wenn ich mir einen neuen Tee mache? Ja, bitte. Ich bin für die beste Freundin der Welt. Geh hoch. Du bist die beste Hentai-Freundin. Da befindet sich noch mehr Feinde. Noch weiter hoch? Ja. Okay, ich habe einen Schlüssel. Da kann ich einfach durch... Da geht! Fuck, Link. Wieso bleibst du immer hängen? Jetzt kommt wieder dieser... Ah, okay. Du kannst oben eine Bombe legen. Oben. Wand. Bombe. Ja, hier. Das sollte gehen. Wenn wir jetzt im richtigen Raum sind. Geh da hin. Ja. Jetzt kommt wieder so ein Typ. Dieser da. Alter. Einfach besiegen. Warte mal. Was für besiegen, Mann? Weck mich. Warte, wie war... Du hättest einfach besiegen müssen, dann kriegst du die Karte. Ach so. Ja. Das weiß ich doch nicht, Mann. Du sagst einfach besiegen. Ja, ich dachte... Du weißt aber nicht, dass ich da durch kann. Ob ich das nicht weiß, ich bin doch nicht blind. Das soll ein Löwe sein. Ähm. In welchem Universum? Ähm. Warte noch ein bisschen. Das lohnt sich noch nicht aufzufüllen. Ähm. Wieso war ich langgegangen? Soll ich da... Ähm. Nach oben zu Goma mit Pfeilen. Okay. Gibt es da noch irgendwas cooles? Gibt es was richtig cooles? Okay. Pfeile. Pfeile. Direkt Pfeile. Habe ich. Habe ich. Pfeile. Und ballert erstmal in die Falschgeschichten. Wer kann das noch? 77 Rubine. Ja. Was kostet denn Pfeile? Ein Rubin? Ja. Und? Oh, mach jetzt mal nicht so viel Feuer, du Scheiße. Mach doch. Mach doch deine fucking Klöten auf, Mann. Ich würde einen Tank einsetzen. Oh, gute Idee. Ach so. Dauert nicht lang, oder? Ich habe ja erstes Nintendo. Okay. Second Ding macht glaube ich zweimal. Oder wurde es gespeichert, dass ich zwei habe. Ich weiß es nicht. Nein, nein. Rot macht zweimal. Und verfärbt sich dann in Blau. Oh! Oh, diese blöden Kugeln. Mann, chill. Hey. Warum darauf kommst du erst jetzt? Ich schele nicht. beeps ecke. 抄 sponsors zum sunshine auf die schadeneste Einde. Oma hat sein dickes Ei auf. Und sein EI ist offen? Ja, Mann. Oh, wie kurz er es noch offen hatte. Ja. Das Junge musst du dich beeilen. Du musst schon reingehen, wenn du siehst, dass er es offen macht. Oh, endlich ist hoch! Ja, ich denke schon. Willst du mich verarschen? Aber ich bin mir nicht sicher. Aber das sind eh die einfachen Chill. Es kann sein, dass es hier einen Schlüssel gibt. Es kann sein. Weil irgendwie ist es hier nicht verzeichnet. Oh, die brauchst du gleich. Geh jetzt runter. Dann geh nach rechts. Ja, gut. Besiege die Feinde. Müssen es diese Feinde sein. Warte mal. Ich glaube wohl nicht, dass man sie so besiegen kann. Das ist der Zauberstab, ne? Das nutzloses Item, das es gibt. Ja. Mach einfach einen Bumerang oder so. Jo, der wirkt nicht. Der wird irgendwie schneller. Hä? Diese Nagetiere krieg ich auch nicht damit weg. Oh, scheiß. Manche Items hier sind so richtig scheiße schlecht. Naja, es geht darum, einen Schwierigkeitsgrad hier zu erzeugen. Mit eben... Okay, jetzt auch die zwei Hasen. Die anderen sind da gefangen. Oh, cool. Cool. Und du musst nämlich gleich den Stein bewegen. Das heißt, es kommt dir sogar jetzt zugute. Ich glaube, nach oben. Nach oben. Das geht nicht, solange die nicht tot sind. Das ist jetzt der Ernst. Wenn du dich auffällst, kannst du ballern. Oder du machst das so. Aber es lohnt sich ja nicht aufzuladen. Nee, lohnt sich ja nicht. Vielleicht klappt das ja. Das klappt nicht. Das ist ein Betrug. Und jetzt sind alle wieder da bestimmt. 100%. Bin ich mal gespannt. Hä? Der eine rote, wo irgendwie sitzt durch so einen Hasen. Voll scheiße, Mann. Der Hase ist stärker. Ich weiß. Oh! Hase! Hase! Boah! Also du rennst nur in den Rhein. Ich renn gar nicht in den Rhein, Mann! Natürlich! Bitch! Was war das? Ich weiß es nicht. Was ist das für ein Löwenschlüssel? Das ist ein Universal-Schlüssel. Geil. Du kannst jetzt jede Tür öffnen. Ich habe jetzt die Anzahl A. Ja. Richtig Mathematik hier. Ja. Gleich, wenn du die Treppen hochkommst. Ja. Nach links. Ja, hier kann man auch nirgends. Und dann... Zweimal nach unten. Und dann nach rechts. Machst du mit dem Raum links nebenan? Ja, einfach zweimal nach unten. Okay, okay. Gehe ich halt nach unten. Dann nach rechts. Zwei... Und jetzt hier drei rechts. Feinde. Hier kannst du vielleicht echt einen Schrank gebrauchen. Ja, werde ich auch. Wow! Zwei auf einmal! Und du hast eigentlich gedruckt. zusammen. Nein, mach hin. Alter! Hä? Hä? Ich wollte da gar nicht hoch. Ich habe da runter gedrückt. Jetzt sind wieder alle da. Oh Gott, doch nicht. Ich bin nicht so ausgelacht, ne? Wenn... Junge, Junge, Junge. Maskier's nicht. Ich setze mal lieber ein. Ach ja. Ah, das hat auch jetzt nicht lang gedauert oder so. Es war keine Zeitverschwendung. Fuck, ich habe vergessen, dass ich schießen konnte. Wieso verdammt? Und bin dafür in seine Nähe gegangen. Und dann hat er mich erwischt. Oder die Flamme oder was. Ratsch. Jetzt kommen wieder Feinde wahrscheinlich. Ach so, ja. Ich habe den Brief in der Hand. Ich kann einfach durch, ich kann einfach durch. Ja, also es gibt hier nichts. Du musst nur die Treppen runter. Geh einfach Charonimo-mäßig durch. Hat mich gar nicht hängen, wie viele Essen. Hm. Nein, weg. Und jetzt, wenn du hochkommst, einfach Bombe oben. Bombe. Du brauchst den Schlüssel nicht. Ich geh hier nicht zu viele Herzen. Ich höre schon irgendwie einen. Ja, Endgegner. Ja, ist er das? Mhm. Schon wieder so ein Dragon? Hä? Äh. Am besten nah rangehen und dann einfach ballern. Also mit dem Schwert. Ach, der hat vier Köpfe. so etwas. Wie? Wir haben es nicht zuletzt geschafft. Alter! Einfach Ballern! Bam 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 Bam. Machsch 손�! Ja. Alter. Alter. Wow, du hast nicht mal geheilt bekommen. Ich glaube gleich, wenn du das Triforce nimmst. Ja genau, die Triforce-Teile heilen. Alter, das war knapp. Das war wirklich knapp. Vom Jek. Boah, was war das jetzt? Waren das Punkte oder war das nur das Leben, das aufgefüllt wurde? Das hat voll lange gedauert. »Wir stehen auf, wer sind die Triforce?« »Wir stehen auf, wer kommt eingefahren?« »Wir stehen auf, wer ich eine Art Schreis?« »Wir stehen auf, wer ich schreit?« »Wir wecken auf, wer sich auf, wer ich zum Teil des Rerve?« »Wir stehen auf, wer ich mich umfasst?« »Wir ist bereits darauf historisch?« »Wir stehen auf, wer ich umgekehrt?« »Und ich bin zu dir, weil ich mich umgekehrt?« »Wir haben das Geld, wer ich umgekehrt?« »Ja, in dem Projekt, ich habe einiges. »Jetzt habe ich einiges.« »Wir machen." Oder willst du das ausprobieren? Weil der hat über 50 Räume und die sind durch Treppen miteinander verbunden. Über 50 fucking Räume? Und es gibt halt manchmal, wenn du dann einen Falschtraub läufst, kommst du wieder zum Anfang. Oh, das ist ja eh klar. Deswegen, es gibt so zwei Lösungsschemata dafür. Und vielleicht sollten wir die dann einfach benutzen. Ja, vielleicht. Wir wollen den Zuschauern auch was bieten. Aber du hättest es vielleicht mich nicht so fragen sollen. Du hättest es auch so rein zufällig einen richtigen Weg nehmen. Ja, klar. Es fällt auch gar nicht auf, wenn du das erste Mal spielst und direkt im übelsten Dungeon da richtig rein haust. Ja, wieso? Ey, ich brauch Rubin und keine Herzen. Danke. Was willst du denn kaufen? Einen Roten Trank? Ja, einen sogenannten Second Trank. Wow, wow, wow. Oh, ich hab jetzt genau 72. Wuuuuh. Ab geht's zur Oma. Buy a medicine before you go. Danke. Tuck, 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 tuck. Alter, das Triforce Ding ist komplett. Klingt mich fett. Ich wusste aber, ob das... Warte mal. Irgendwann hab ich das doch gesehen. Das ist gar ein Ding, oder? Was denn? Den Gunnen Dungeon. Der Gunnen Dungeon ist... ähm... Der ist ja recht unscheinbar. Ah, A6. Ah, A6. Hier im Moment sozusagen. Okay, da oben. Okay, du bist am Arsch der Welt, Junge. Ach, es geht. Es ist okay. Willst du direkt da hingehen, ohne Vorbereitung? Ja, ich hab mich doch vorbereitet. Ich hab jetzt Tränke gekauft. Einen Trank. Weil du konntest den nicht mehr tragen, weil der ersetzt wird. Na, ich hab doch schon einen Second Trunk gemacht. Der macht zweimal. Ja, ja. Aber stell dir vor, du hättest eben zuerst einen roten gekauft. Und dann... Ah ja, ich kauf noch den blauen. Und dann siehst du so, dass der ersetzt wird. Oh. Das wär... etwas bitter gewesen, oder? Ja, ziemlich. So, jetzt darf mich ein Vieh aufheilen. Dankeschön. Genau. Jetzt, wo ich... Klar. Okay, ich würde sagen, wir gehen auch zum Dungeon und machen dann... äh... einen... Cut. Dann hab ich den Käskuchen. Käskuchen! Oh yeah. Ja. Fickt euch doch, ihr komischen Propeller. Von Propeller. Warum gibst du überhaupt das an, Junge? Du bist... Ich wollte ein Herz, weil ich nicht viel schießen kann. Ich bin auch richtig, laut meinem Navigation System. hoch. Moment. Ja, hoch. Glaubt es mir. Ja, ist in Ordnung. Glaub ich dir halt. To left. Ja. 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 Ja.